200 Gramm Enerbi, 0 Quinoa, Kräuter, Meersalz, frische Koriander, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, ein Kiloliter, Stück Ingwer, 400 Gramm Hokkaido-Kürbis, 1 rote Paprika, 150 Gramm Zuckerschoten, 1 BK, Enerbi, 0 Tofu, Natur, Enerbi, 0 Olivenöl, Nativ, Extra, 1 Glas, Enerbi, 0 Brot, Aufstrich, Curry, Mango, Papaya, 200, Rönnen, Enerbi, 0 Kokosmilch, 200 Milliliter, Soja-Kusine zum Garnieren, frischer Teil, Basilikum, 4 Esslöffel, Erdnusskerne, Quinoa in Wasser mit Salz nach Packungsangabe kochen, 21 Korianderblättchen klein schneiden und untermieschen, einige für die Deko beiseite legen, 31 Zwiebel, Knoblauch und Ingwer klein schneiden, 41 Kürbis samt Schale in Würfel und Paprika in Stücke schneiden, Zuckerschoten, Halbieren, Tofu in Würfel schneiden, 51 1 Esslöffel Öl in eine Pfanne erhitzen, Tofu darin anbraten und herausnehmen, 61 1 Esslöffel Öl erhitzen und Zwiebel, Knoblauch und Ingwer anbraten, Kürbis und Paprika dazugeben und mitbraten, Brotaufstrich, Kokosmilch und Soja-Kusine dazugeben und ca. 15 Minuten kochen lassen, Zuckerschoten und Tofu dazugeben und mit erhitzen, Curry mit Kräutern und Erdnusskernen bestreuen und mit Quinoa servieren